Moin Leute und willkommen zurück zu CSS. So, heute geht es genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich möchte ich euch heute erklären, wie das Ding hier überhaupt zustande kam. Damit ihr auch versteht, was wir hier letztes Mal gemacht haben. Wir haben es letztes Mal nur testen wollen, sah dann so am Ende aus. Nicht besonders anschaulich, aber das kommt noch, keine Sorge. Okay, also wir haben hier eine grundlegende Syntax, also eine Reihenfolge von Befehlen, die wir beachten müssen. Und die ist eigentlich relativ simpel. Im Prinzip haben wir am Anfang immer einen sogenannten Selektor. Mit diesem Selektor können wir Sachen selektieren, die wir verändern wollen. Das heißt, wir schnappen uns hier vorne den Tag, den wir verändern wollen. Also wir nehmen hier einfach dieses Body, vergessen die Spitzenklammer vorne dran, Spitzenklammer hinten dran und den Endtag komplett. Nehmen einfach nur das Standardwort hier und schreiben das hier hin. Damit sagen wir CSS, wir hätten gerne, dass Body verändert wird. Und alles, was mit Body zu tun hat, also alles, was drin ist. Genau. Und damit haben wir quasi gesagt, okay, Ziel, was wir verändern wollen, ist unsere ganze Seite. Also alles. Weil Body bezieht sich ja auf die ganze Seite. Das ist alles, was man sieht. Okay. So, und das hier ist dann einfach eine geschweifte Klammer auf. Hier drin könnt ihr Sachen verändern. Da können noch mehr Befehle kommen, so viele wie ihr wollt. Und Achtung, unten drunter können auch noch mehr Selektoren und dann nochmal Befehle und nochmal und so weiter und so fort kommen. Also das hier kann sich alles wiederholen. Hier unten drunter. Deswegen müsst ihr auch sagen, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Body. Ich möchte nicht mehr an dem Body verändern. Und deswegen macht man diese geschweifte Klammer zu. Also geschweifte Klammer auf nicht vergessen und zu nicht vergessen. So, hier haben wir dann den Befehl, wie ich es gerade genannt habe. Und der ist eigentlich auch nicht so schwer aufgebaut. Wir haben hier vorne das Attribut oder die Eigenschaft, die wir verändern wollen. Die schreiben wir einfach hin. Die sind über CSS definiert. Und die werde ich euch dann teilweise noch vorstellen. Vor allem die schwierigeren werde ich euch noch zeigen, damit ihr da irgendwie ein Gefühl kriegt, wie man das macht. Übung ist natürlich hier wieder mal der Schlüssel zu allem. Und also vorne dran die Eigenschaft und hinten dran haben wir dann das, was wir als neuen Wert haben wollen. Sprich, der Standardwert wird gelöscht und wir schreiben einen neuen Wert rein. Standardwert wäre hier zum Beispiel weiß gewesen, weil der Hintergrund von der Seite ist standardmäßig immer weiß. Und wenn wir hier was anderes hinschreiben, dann wird er zum Beispiel grün. Ich kann hier natürlich auch schwarz hinschreiben, was dann black wäre, weil englisch und so. Aber ja, gut. Hier ist der Doppelpunkt zwischendrin und am Ende haben wir das Semikolon. So einfach ist das Ganze. So, jetzt können wir hier unten noch mehrere Befehle hinschreiben, wie wir wollen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir wirklich die Befehle immer mit einem Semikolon abschließen und dass die immer richtig aufgebaut sind. Sonst weiß CSS nicht, wann hört ein Befehl auf und wann fängt der neu an. Wenn es das nicht weiß, kann ich euch gerade mal kurz zeigen. Wenn ich hier irgendwas Falsches hinschreibe, da fehlt ja jetzt das neue Attribut und das Semikolon fehlt. Was macht CSS dann? Naja, es ignoriert alles, was unten drunter kommt. Wenn ich jetzt das allerdings dann so hin kopiere, dann weiß es gar nichts mehr. Und weil hier oben eben schon der Fehler ist, das heißt, alles was unterhalb von diesem Teil hier kommt, wird völlig ignoriert. Also immer darauf achten, dass ihr hier alles richtig zumacht und richtig setzt und so weiter. Ich schreibe jetzt hier einfach mal rot als Farbe hin und wir schauen, was passiert. Wir haben dann hier eine rote Schrift auf grünem Hintergrund, sieht furchtbar hässlich aus. Aber das war das, was wir wollten. Wir haben es ja hier geschrieben. Und ja, das ist alles. So funktioniert die Syntax in CSS. Jetzt war das natürlich noch nicht alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte, sondern wir haben noch mehrere Möglichkeiten für die Selektoren. Da mache ich jetzt erstmal kurz alles durch, was wir so haben. Und dann sprechen wir in den nächsten Videos über den Teil hier drin. Oder wie die Dinger miteinander harmonieren. Gut, also wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn wir uns P angucken, dann haben wir hier folgendes. Wir haben hier eine rote Schrift auf grünem Hintergrund und der Hintergrund zieht sich durch bis da drüben. So, das ist ja ganz schön und gut. Wir wissen ja, dass sich das hier auf diesen Paragrafen hier bezieht. Was passiert aber, wenn wir den Paragrafen noch einen zweiten Paragrafen einfügen? Irgendwas anderes. So, naja, es bezieht sich auf beide Paragrafen. Und das ist teilweise ein bisschen blöd, weil man muss jetzt sagen, okay, ich hätte gerne nur den Paragrafen hier oben oder nur den hier unten. Und dazu braucht man irgendwas, mit dem man drauf zugreifen kann. Und das macht man auch über diese Selektoren. Also ihr wisst, dieses P bezieht sich auf alle P's, die wir hier irgendwo reinschreiben. Nicht irgendwie auf das erste, sondern wirklich auf alle. Das war bei dem Body genauso. Nur, dass wir mit Body nur ein Body ansprechen können, weil es nicht mehr als ein Body geben kann. Aber bei P ist das ja was anderes. Wir können so viele P's haben, wie wir wollen. Und deswegen sprechen wir, wenn wir hier mit dem Selektor P hinschreiben, dann sprechen wir das P an, das P hier und beliebig viele, beziehungsweise alle anderen P's hier unten drunter. So, wenn wir jetzt wirklich nur das P hier oben ansprechen wollen, dann brauchen wir entweder Klassen oder IDs. Klassen oder IDs habe ich euch in den anderen Videos schon gezeigt, also in HTML-Videos. Da schreiben wir einfach ID gleich und dann können wir dem Ding irgendeinen Namen geben. Zum Beispiel P1, also als erster Paragraf. Ihr könnt hier irgendwas reinschreiben, also wirklich irgendwas, nur macht es irgendwie so, dass ihr es euch merken könnt, weil sonst guckt ihr in einem halben Jahr in den Code rein und denkt euch, was war bitte querz für ein Teil, wieso habe ich das hier verändert und was tut es. Gut, also gehen wir wieder hier rüber. Jetzt müssen wir aber hier irgendwie P1 ansprechen. Wenn ich hier einfach nur P1 hinschreibe, dann sehen wir schon an der Farbe von meinem Editor, das funktioniert irgendwie nicht. Und wenn ich das hier aktualisiere, dann sehen wir, es hat sich irgendwie nichts getan. Wir müssen diese ID direkt ansprechen, nicht den Tag P1, den gibt es nämlich nicht, sondern die ID P1. Und das tun wir mit dem Hashtag oder Raute oder Teppichzeichen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Teppichzeichen fand ich bisher irgendwie das Coolste. So, und wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann sehen wir, wir haben wirklich nur den ersten Paragrafen angesprochen. Die Schrift ist rot und der Hinterkund ist grün, furchtbar hässlich. Aber wir haben es geschafft. Wir haben wirklich den ersten angesprochen und keinen anderen. Das heißt, der hier unten bleibt völlig unverändert. So, die zweite Möglichkeit, die wir haben, sind Klassen. Klassen gehen folgendermaßen, wir schreiben statt ID einfach, ups, wir schreiben statt ID einfach Klasse rein. Und das ist eigentlich noch schon die ganze Magie dahinter. Jetzt müssen wir hier allerdings nicht den Hashtag oder Teppichzeichen oder sowas benutzen, sondern einen Punkt. Ein Punkt ist für eine Klasse, ein Hashtag ist für eine ID. So, den Unterschied, was Klassen und IDs sind, habe ich euch in HTML gezeigt, werden wir aber hier auch noch besprechen. So, und es hat genauso funktioniert, ich kann hier aktualisieren, ist genau das eingetroffen, was wir wollten. Okay, so, zu den Klassen und IDs noch ganz kurz was. Ich kopiere das hier einfach mal wieder hin und irgendwas drittes hier rein, damit wir wissen, was was ist. So, und jetzt machen wir das hier nochmal als ID. Und dann sagen wir hier ID gleich P1. So, und wir wollen hier auch wieder die ID manipulieren, deswegen brauchen wir hier wieder den Hashtag. Okay, was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe dem Paragrafen dieselbe ID gegeben wie dem hier oben und ich habe die ID hier über CSS manipuliert. Was passiert jetzt, wenn ich hier aktualisiere? Wir haben beides verändert und das ist wirklich eine Toleranz von den Browsern, denn theoretisch sind IDs eindeutig. Das wird wahrscheinlich über Internet Explorer nicht so gut funktionieren, ihr könnt es aber mal gerne ausprobieren. Vor allem später wird es kritisch werden, wenn wir noch mit Klassen und noch mit weiteren IDs oder Tags arbeiten. Das werde ich euch dann nächstes Video zeigen. Das heißt, da immer vorsichtig sein, wenn ihr so eine ID setzt, ist wirklich darauf angelegt, dass euer Browser das unterstützt. Was man hier eigentlich benutzen sollte, sind Klassen. Klassen sind dazu gedacht, dass man für, dass ich das immer Auto vervollständigen muss, sehr nett, aber ja. Klassen sind dafür gedacht, dass wir mehrere Tags oder mehrere Paragrafen in dem Fall auf einmal manipulieren können. Denn dazu sind wirklich nur Klassen zuständig, auch für JavaScript ist das dann, wenn ihr hier mehrere IDs vergebt, dann funktioniert da gar nichts mehr. Deswegen für sowas immer Klassen verwenden. Und bei Klassen funktioniert das genauso. Also bei Klassen können wir dann auch mehrere hier reinmachen und so weiter und so fort. Ein Paragraf kann allerdings auch eine ID und eine Klasse haben. Aber was da passiert und wie wir die manipulieren können, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt Bescheid über Selektoren und Befehle und sonstiges Zeug. Alles klar, dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.